Bei der Heilpflanzenschule, wo ich war, haben wir immer so Hausaufgaben gekriegt, dass wir uns mit einzelnen Pflanzen intensiv beschäftigen sollten und dann quasi so eine Art kleine Ausarbeitung dazu machen sollten, die wir dann beim nächsten Mal mitbringen und abgeben. Und dann habe ich mir angewöhnt, dass ich immer, wenn ich das gemacht habe, dass ich möglichst erst mal die Pflanze selbst mir gesucht habe und ihr begegnet bin, bevor ich dann irgendwas über sie gelesen habe. Und da war es, dann bin ich mit meinem Notizbuch unterwegs gewesen, habe mir die Pflanze gesucht, um die es ging und habe dann eben erst mal sie einfach beobachtet. Wie sieht sie aus und letztendlich auch, wie wirkt sie auf mich? Das habe ich damals ganz intuitiv einfach so untersucht. Und dann kamen mir so Fragen dazu in den Kopf. Warum macht sie das so? Warum ist das? Warum wächst sie hier zum Beispiel? Und dann erschienen plötzlich Antworten darauf in meinem Kopf. Und weil ich ja sowieso dabei war, das alles so aufzuschreiben, was meine Wahrnehmung war, habe ich dann angefangen, diese Antworten auch aufzuschreiben. Und dann war ich am Anfang eben doch sehr verwirrt und verwundert und dachte, was ist denn das jetzt und wo kommt denn das her? Und habe dann aber angefangen, damit zu experimentieren, weil ich das total spannend fand. Und bin immer häufiger rausgegangen, habe einfach Fragen gestellt und geguckt, ob Antworten kommen. Und das immer schön protokolliert. Und oftmals war es vor allen Dingen so, wenn ich dann nach Hause gegangen bin und mir das in Ruhe nochmal durchgelesen habe, dass ich unglaublich geflasht war, also von diesen Botschaften. Weisheit könnt ihr immer bei uns finden, Kraft auch. In der Liebe seid ihr Menschen besser. Liebeskraft ist euer Metier. Und das ist es auch, was dann uns so wohltut, das Liebevolle. Ihr Menschen seid mit Liebe begabte Wesen. Ihr habt ein warmes Herz. Erinnert euch jeden Morgen und jeden Abend daran. Das wünsche ich mir von euch. Und das kommt eigentlich immer wieder. Also wenn ich vor allen Dingen zu solchen Themen frage, wie sollen wir mit euch umgehen in der Landwirtschaft oder im Garten und überhaupt, dann kommt eigentlich immer wieder dieses, wir wollen einfach, also wir möchten schon gerne, dass ihr unsere Gaben annehmt. Und sie aber eben achtsam und respektvoll und dankbar annehmt. Und was sie auch immer wieder sagen ist, wir wollen einfach, also wir würden uns freuen, wenn wir gemeinsam Schönes gestalten.